So, jetzt bin ich da oben und da gibt es jetzt eine kleine Hochfläche. Und jetzt geht der Weg nach Richtung Westen und geht irgendwo dahinten auf zum Satnik. Das könnte der dahinten sein, aber das muss ich sonst eruieren auf der Karte. Und das ist auch gefährlich. Da sieht man richtig, dass das überhängend ist. Wenn man da draufsteht, dann ist man weg. Da müssen wir Obacht geben. Ja, der Stalk ist steil, aber so gewinnt man an Höhe. Noch einen Blick zurück für den Abstieg auf der anderen Seite. Da habe ich ja Hunde gemacht. Ah, da oben ist der Gipfel vom, wie das auch heißt, magern Nick. Aber muss ich auf der Karte gucken. Und dann schau mal an. Ja, da haben wir ja noch einen Blick. Da liegt der Druck auf den. Ja, da liegt der Druck auf den. Ja. 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 Ja.